da kann ich wenn wir den jetzt den tt den tt den tt den tt den land schock grüße jetzt einfach chinesische das rucksack okay was hast du spitz sacke lasst dich eisbrecher nehmen kommen wir nehmen jetzt du hast du sieben zweine ax tabi nur ich hoffe du hast die ist ganz egal die gamma jetzt einfach die skin ist so gerne wir haben so lange darauf gewartet ist die schock und mein gewusst sagt darauf erst bei ticke was denn der da schon nachvollziehen muss der auswahl zurückkommen können sonntag spielen sonntag los ich streame mit machen müssen ja ich hoffe ich hoffe mein stream nicht geblockt ich hoffe einfach mal so ist nicht gelten mit seinem buch drauf achten ist auch so soll dir das eintritt und mich gar nicht so das ist ja schon so aufgelassen schon viel geld bezahlen muss aber die verstehen es einfach nicht ja muss ich nicht geld dafür bezahlen jetzt dass die kopfhörer so lang war das ganze halal weil wegen so schön diese schuhe sind so ein alter von sich passiert kennst du das kennst das wenn du so als rechtlos kennst dabei nehmen zu moschee ist angelegen so holz links dahin dann zu so ab jetzt von dank laut land direkt da wo du erliger lust ich bin gut aus ob unter mir sein ich habe keine frage ist bei jener ich komme da ich komme der seine reaktion nach zehn jahren aber er ist heute habe ich tut ja du bist jetzt schon genug wer ist nicht überwäschung zu bekommen verstehen schon eine schuss genau jetzt nicht wir haben eine suche auseinandergebaut ich habe noch ganz gut da ok ich bin sein pro ist also links haupt sache so angst erst mal so produzieren ich will das mit kreis zu arbeiten weil ich daran gerade gewöhnt bin was ich habe einfach nicht in von meiner hand warten scheiße er schickt kannst du jetzt mal beim primär ausschalten ja später wenn ich auflänge wenn man von welt fließt muss ja ich mache später nicht auflänge da kann es ihnen das auch geben ich muss das ausmachen damit ein freund spielen können mach ja wenn ich auflänge ist das kann ja dort fünf stunden ja wahrscheinlich noch fünf stunden nirgendwann ich habe Angst und dass wir ich komplett bekomme sie gibt es haben ich füge sogar ich habe gerade in frank zu fahren das wird das versteht man ja wegen von der du kommst du auf deinem die so eine rechnung weiter voll scheiße sie doch auch genau durch schlieder an die so die copyright enthalten weil Und direkt, 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 rund, direkt. Und du bist aufgestellt, Taiwan, kann sein, keine Ahnung. Ja, ist so, keine Bock, jetzt auf. Das ist alter. Jetzt habe ich auch vergessen, ich wollte was machen, aber ich habe das vergessen, jetzt ist es mir eingefallen. Ja, Tommy Gang, ich komme nicht gleich zu dir. Ich habe sechs Minisa, kann ich nicht geben. Tschüss. Was ist? 100 vor 10 Sekunden angefangen. Ja, normal. Na, ehrlich. Ich will so ganz kurz paar zu snipen und so. Und dann komme ich. Was, Sniper? Ja, aber die einhalbautomatische. Oh, ich habe auch einen Sniper. Ich habe eine halbeautomatische. Achso, ich habe Schali. Hände, ich habe ja gerade, ah, da. Ey. Hey. Ich habe Minis, ich habe Iggy. Ich habe gar keine. Ach, zwei, 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 zwei. Ich komme zu dir. Ich habe eh scheißglut, Digga. Nein, Spaß. Hacke den Gegner. Aber ich komme gerade zu dir. Aber ich komme gerade zu dir. Hacke an die Kamera so gut abstauben, ne? Ach, egal. Die sind jetzt so los. Ich bin da, gib, 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 gib. Lass ganz ins Haus rein. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Ich schaff es dir. Steig doch einfach raus. Ja, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, hier oben. Mach auf. Dankeschön, mach jetzt. Hä, na ja, los. komm jetzt die waren gerade hier ich habe keine waffen alter mein gott habe so ehre genommen hat diesen shotgun für mich ja ich will die shotgun Ich bin gewöhnt. bloß gar kein mit sich trotzdem ich habe keinen metz mehr ich habe dem verloren die geschadte ich habe jetzt er gibt mir die hütte er ist der beste digga 6 haptiger ja ich bin tot der ich hab nichts machen alter hinter dir mein freund ist ungeduld immer hier ist also junge da muss ich das tun wenn kein bock zu ruf ich will sogar nicht eingespielt als ich will die ganze mit kreis aber es ist so schlimm ich hab dir wieder was alter dann dann macht neuen start 9 nein kein bock darauf ja die ich könnte noch mehr ein noch nicht los ich komme meine baba ich habe ich habe mir die bachs geschenkt Mein Vater hat mir Wibachs geschenkt, deswegen kann ich mir morgen wegnehmen. Das ist ja so viel Wibachs, Alter. Ja. Aber das ist mein kleines Geschenk. Ja, mal klein. Witzig. Klein? Was kriegst du? Du kriegst 500 Euro geschenkt. Bok, ich bekomme schon 50. Was? Ich bekomme schon 50. Was für 100? Ich habe 25 Euro jetzt bekommen. Ich bin nicht faul, Alter. Ich habe einfach nur keinen Bock, das Stream mehr zu neuesten. Ich habe nur noch zwei Streams, ich habe nur noch eins beenden. Kein Bock darauf. Kein Bock. Hä? Es ist jetzt mehrere Städte mit diesen goldenen Dingern. Ja, es gibt zumindest drei Menschen. Das ist gar nicht. Der, ich bin so alt oben, ne? Hä? Also da. Ich wollte schon sagen. Ich habe falsch verkehrt. Er hat gerade heute, weil mein Geburtstag ist, habe ich heute zwei Lamas gefunden. Zwei. Ein Playground. Er sagt, lass ihn landen. Man sieht. Ja, ich bin nicht bereit gekommen. Ich habe nicht aufgehört. Ich habe nicht aufgehört. Also jetzt hat er direkt ein Netz. Ich habe zwei Steinschusspistolen. Und drei Minis. Ich habe ein Slurpee. Ich habe ein Slurpee. Ich kann die Armini geben. Ich kann es zu einem Slurpee machen. Komm her, das liegt hier. Warte, vielleicht kriege ich noch was zu trinken, ja. Hier. Ey, hier ist einfach Fortbeitz. Was? Nimm das, Alter. Willst du mich haschen? Was? Nimm das jetzt. Lauf, wo ich ein Minis markiert habe. Nein. Da. Pech, niemand guckt dir zu. Ich schreibe, was macht mich das? Der benutzt jetzt Sturmdreher, also der macht so wenig Schaden. Hey, wo? Fünf Schaden, der ist nicht wenig. Ja, wow. Da hinten bei den Gebäuden. Ja, ich habe nicht mal richtig Waffen. Wo bin ich ja? Ja, ich meine ja, du hast mich gefragt, wo. Wo bin ich gesagt? Immer wenn ich Loot Lake lande, lande ich immer hier. Na, jetzt weiß ich auch, um dieses Steinschusspistole benutzt. Ich habe nur zwei Jahre. Aber die Leute genauso in die Fresse schwingen, ich schieße kannst du hier. Nein, ich nehme nicht nur mit, weil ich keine Waffen habe. Ich bin die so feee, Alter. Ich habe die nur einmal so in die Fresse geschossen. Digga, da ist eine blaue Pistole, Digga. Machen wir hier ein bisschen Looten. Ah, Pumpgun, Gold. Jetzt können wir pushen, wenn du willst. Hast du Pumpgun? Nein, ja, ne? Wo sind die? Er schießt einfach. Nein, die sind da. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Digga, ich habe nur einmal geschossen. Ich habe nur Gold mit Pumpgun. Wir müssen gleich aktiv, Digga. Ich kann gar nichts gerade. Der Mensch guckt das eigentlich nicht in der Erde, aber okay. Okay, das guckt mich aber so gar nicht. Gibt mich so gar nicht, Digga. Erstmal dich blockieren. Allah, erst mal blockieren. Mein Kanal. Ja, Alter. Kann er nicht reinstehen, guck. Ja, nur zu oft ziehen, kann er ausblenden, Moderator entfernen. Er ist ja Moderator-Empfändiger, aber der Moderator, Digga. Und zur Folge übergehen, blockieren. Jetzt habe ich ihn blockiert. Waren wir so ein Boss? Du hast mich nicht blockiert, ich schick doch, hast du, habe ich. Ja, okay. Waren wir so ein Boss? Ja, warte ich mal bei anderes gehen. Das passt so gut, Hakan. Du kannst sagen, was du willst. Ja. Oh, Mann, Mann. Ist das noch gut, Hase? Ich habe gar keinen Skin, der dazu passt. Oh, Mann, 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 Mann. Sorry, toi. Nein, nein, lass dich aufc sein ganz neuen Platz hier spielst. Was, Mund, Mann. Was, du bist schon bei mir? Doch, drei. Fragt nach einzigen. Also jemand hat mich nach 1 gegen 1 gefangen. Ich habe das nicht gesehen. Ich kann nicht mal. Wir kommen. Wir sind nicht mehr. Ist das denn ein Insta-Wand, oder? Ach, Schikotzen. Kommst du hier? Kommst du hier in diese Dings rein? Ich hab mal den Bausettings geändert, ne? Ich wollte mal so probieren. Ich hab auf 2000 gemacht. Ich probiere es mal ein bisschen. Ich hab ein bisschen weniger gemacht, weil ich schon weniger ausgewiesen bin. Also wird mein Baum ein bisschen clean. Klar, nein, die Flexen, Digga. Perfekt. Das reicht auch schon. Ich hatte 80's off, ich höre sogar. Was? Ich hatte 80's off. Ich mach einfach so random Shots. Digga, du hast mich sehr abonniert. Was? Ich tue nicht, ich rede nicht mit dir. Ihr genimmt. Alles geklippt. Jemand soll das klippen, Digga. Wahrscheinlich war das jemand. Ach nein, ich geb das immer selber. Was? Achso. Ja, ich hab geklippt. Ja, ich hab geklippt. Wenn der es geklippt hat noch. Wenn nicht, dann ist er nicht. Ich hab auch nur für dich geklippt. Irgendwurder Basis. Kommst du hier, kommst du hier rein. Hast du meine Fall gesehen? Nein. Meine Falle war ganz an der Decke. Ich kann nicht blockieren, Alter. Du musst 300 Sekunden warten. Also, das ist ein bisschen, ich habe keine Ahnung. 300 Sekunden, ja? Ja, das blockiert nur für 300 Sekunden. Der kann doch auch schreiben? Ja, nach 300 Sekunden, aber man kann auch permanent blocken. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich hab sie nur für 300 Sekunden geblockt. Bist du lang? Na da. Er trifft. Bock. Ich muss eh rauskommen. Das war richtig dumm von dir. Ich muss auch wieder da rauskommen, Digga. Nein, Digga, ich bin nicht der Sohn. Ich glaube, ich mach ganz vorne. Obwohl ich auch 2.000 habe, fühlt sich das wieder so langsam an, ne? Das Bauen. Ich bin runtergefallen. So los, ne? Was? Wollte ich schon sagen, Digga, du stirbst nicht. Hey, die Sohn hat dich so gerettet, Alter. Ja, 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 ja. Wie verlierst du so viel Leben? Das ist Strafe. Guck mal, WhatsApp. Ich guck schon auf WhatsApp. Ich guck schon auf WhatsApp. Ich weiß, ich kenne das. Passiert, er ist sehr getötet. Ach, Gott? Ach so, ne? 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 Warte, diese Gegner sind so bad, ne? Warte, ich guck gleich nach dem Dings. Nach der Runde. Egal, ich kann es nicht ganz in den Nachrichten lesen. K, das war es auch schon hier komplett. Ich habe jetzt bestimmt okay oder so. Genau da wo ich meine Augen zu machen habe, hast du mir getroffen. das kommentar gelesen war moderat und eingehen noch nicht er trifft sogar mit einer punkten ja ich habe die ganze schott kann du hast die ganze diese geile wurde aber so close ehrlich ja ich hab das so gesehen so close war ja ich sag du der wachtlos ja meine wohnen nicht ich hab's nicht geschafft ich wollte eigentlich mitdriften warte kann das ist bei youtube rein wir müssen dafür rausgehen nein ja doch kreativ muss verlassen da so ein wurst des mike das war bei dem reingehen er hat sich gesungen muss mit aber nein 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 einfach 24 zuschauer der kommunie neben einiger safe voll was andere da drei aktive zuschauer sind mehr drin wie heißt der direktor neid botnen lassen wir einfach mal schreiben live chat epic nein neid bot neid bot oder wir haben das heißt epic kommt erst mal nicht so jetzt hako willkommen im stream bruno 648 648 bock achte ich die glocke erst mal erst mal lügen hab abonniert und like okay like kann man ja geben niger so muss ich kein mod ist jetzt dein freund hat kann ich habe gar nicht abonniert aber egal dass wir kommen sie zu mir rein das spiel beitreten er kann die haben wir einfach nach wo kommt jetzt mit mir rein okay dann musst du bei mir drinnen so ein botiger war musst du den auf mein freund film ich weiß lange nicht aufgaben nicht mehr so lange nein nein nicht so viel von rhein herrkopf schnell rein das muss zu gucken das wetter 1 hat sie hat gewonnen wenn wir noch zu acht bis jetzt in die falsche freien gang also ich los ich weiß ich auf jeden fall ist gleich ja mein settings auf normal händiger die sohn kommt ihr schon wappen back ist das hell ist immer voll die scheiß map was zum back alter jetzt muss ich auch noch schnell nicht können jetzt habe ich noch fünf jahre gar nicht ungefähr was ich erwarte er war durch ja er ist nicht gestorben er hat 5 hp deshalb so im back als ich war ich bin verfassung der sogen gestorben die gute keine ahnung der karten und der peter mit angeschossen ich weiß nicht ich bin direkt gestorben er hat mir so schlecht also ich denke ich hoffe nicht so gut dass man aber ich habe das ob die anderen sind ich habe dieses ziel ist gut bin mir nicht sicher aber ich weiß jetzt auch nicht mehr so ganz neu nein ich gebe nur vier die deutsche bots alter als ich habe einstellen ja gerne in der frischung vergesse meine einstellungen die ganze baum und 2000 habe ich kann nicht sein ist so von mir ich hab schon bearbeitet ist bei mir auf den 1 war jetzt auf kreis nein ja das ist jetzt einfach so und da mache ich nicht so ein karmus settings lt oder was das egal so ein sweater nennen der ben was und wenn so eines wetter aber dann ist so gut das soll nicht mehr lange ist eben nur drei ich weiß nicht mehr ja das ist der spiel 1 Ich bin so ein bisschen Ich bin so ein bisschen Ich bin so ein bisschen Das ist ein bisschen wir sind schon in der runde muss jetzt in so viel zu gucken ich habe wir diesen bachett wer sterben noch nicht als dieser bach ist anders okay 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 großen großen man darf das ist das baut die metall er gibt einfach gar nicht der beste ich bin low der konto ich weiß ich bin hat er hat der fußball skin ja 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 der ich habe meine fall erst ein geplägt das ist so scheiße wenn ich ich habe so hässliche settings nicht mein foto meister so krass aber ich habe so hässliche settings manchmal kam oder immer so kam oder ich das hätten so an was wir machen jeder zug der zu kleine settings ich mach mal ganz kurz ich weiß ich muss ganz kurz hier kam ja ja was ist bauen bei dem 1800 ich habe alles eigentlich dass ich auf 3 gedrückt jetzt muss man wieder alles einstellen ich hatte ich hatte genau alles eigentlich genau ich mache stets nach der runde dicker kein bock jetzt sind die alle party ich habe schon krank ich gehe jetzt ganz schnell spielte ja da ist lukas game war lukas game war lalalala wollt ihr ihn? nein ich denke mein Wut ist so mein hast du bock und zeug verkaufen gehen also geht so aber mein punkern halt nicht diese mämme ist so scheiße diese so macht zehn mit jahrs nach tics er ist so geil ein loot digger ich muss riften digger ich bin einfach wieder so gestorben ich bin so scheiße gestorben egal warte ganz gut settings ändern ich ende erstmal nur die boss setting und guck wie das ist erstmal der macht so hässliche faxen dieser eine fußmaske ich werde drückt gestorben so ist so hässlich das ist ja auch noch anders wird der zorniger hat er auch nicht der bett sonst 15 7 um sieben der zendet so klein was ich weiß nicht ob das ist oder kam es auf jeden fall der seite und so klein ich mache es jetzt aus der ist so schlecht dieser wie heißt das dieser aus so schlecht ich habe mich abgesehen aber es ist zwar glaube ich oder der ist so gut okay ich mache ich war jetzt links kann ich mache jetzt kam muss allerdings auch mein handschütz irgendwie keine ahnung ich werde so wenig nicht das ist so krass ja die er geht genau auf mich es ist auch keine andere person nein nein ja ja gern ich bin doch so scheiße ich bin gar nicht eigentlich spieler man ist ja vergehen unter mir da ist genau eine falle alter nie lehre ich mich am kamen sette er wurde das war keine runde ich bin zu hören ich bin gerade so scheiße ich habe wieder meine anderen und wieder meine anderen normalen settings alter ich habe ich hatte ich habe muss mein foto von machen muss man es hätte das war der schützt nicht gefällt hat sie an den fußball macht er ein auf christian ja ich bin da auch los er ist so dumm er hat er macht er hat erst ein bisschen zu macht oben macht doch rein digga es könnte so zu machen was ich noch dazu sagen will er kann ich noch dazu sagen wird nicht mal so los bin ich wenn ich nach der welt spielt wenn jetzt noch gewinnt aber der geangstiegt auf den hat erbauten und für das abzuholen von seines kinder wie so hässlich von secret x ja der größte pack sogar nicht zu dem skin aber ich weiß welche man benutzen soll da benutzen einfach beide oder ich bezüglich ist geil da kann man nicht sagen er ist so tot er ist so tot ich weiß wenn wir doch nicht die team bei scheiße alter wie kann man nur gegen so ein schluss verlieren das ist so so wird gewonnen von ein boy hier musste pushen alter kann 60 von 60 es gibt es gibt es hier so ein skateboard ja ich weiß das ist das ist das ist das ist das ist der streamer ja naja also der war schüttet also gut war ich bin gerade in seines dings reingangeln sehen wer ist das falle weiß nicht gecheckt habe ich weil ich nichts hören wieso und gott irgendwie ein bisschen los bin wir waren jetzt so aber ich hoffe ja ja ich lasse ich lasse ich lasse aber du hast schon die hits bekommen sehr ehrlich sehr ehrlich ich habe mich so erschreckt ja meine meine setzen sind die besten settings ohne die geschichte nicht runter egal ist trifft nigger und schon keinen mit ich habe liebsten noch kann ich hatte ich auch das weil ich meine hände sind so jahre wegen gott käme nein klima deswegen in der es auf jemand gestorben ich habe keinen dreistiger hilf er macht einfach dings an digger bei mir backst du ich kann nicht vor ich bin einfach zu dumm dafür ja digga das ist so scheiße ich kann nichts machen ich bin so scheiße gerade weil die so jahre sind meine hände da kann ich jetzt kurz in meinen anderen skin ok aber in die nach der runde weil dann soll ich hier und wo ich schon ganz wohnen zu los sachi xp tv du musst du da unten ist nur sterben wenn du gegen ihn gewinnt ist so gut es wird um sein leben schon ganz gut denken vor dem kontakt kann wie heißt das das entfliegt einfach so eklips aber er kriegst du mir nicht mehr ist so dumm dafür ich kämpfe gegen los digga der hat er versehen sind die auf 1,1 der muss so langsam mal digga 100 ip nach dem nach dem nach der runde geht ganz los raus nämlich die meisterin ok hk nach der und dem sich meisterin und dann muss ich gucken was ich nehme ja noch die runde eigentlich ganz groß der andere skin und danach die ganze zeit dass meine erste runde machen voll cool wenn man wenn man so schön später guckt dass man euch hört ich bin gerade richtig 3 max kannst du sagen was du willst ich habe genau das gleich sind kombi digga und bin genauso los wie er er trifft mich hk nein ich gehe ganz raus kein bock mehr ich komme ich wieder er trifft mich durch die treppe ich gebe 150 geld noch 80 geld aber stirbt nicht von der logik ist wie immer wieder am start das land auch so lange sushi sushi da rucksack den hier ich habe ich noch geile habe gerade wird dann doch nicht so geil aus oder gut ohne rucksack digga ja ich bin ohne rucksack sie doch frisch frisch aus ich kann nicht mehr rein ich kann nicht mehr rein irgendwie ich sage ich kann generell nicht in kreativ modus rein hatte hat der verlassen der spiel nicht mehr lasst neu stream ich suche neustremer warte ganz kurz bevor ich noch was mache hatte ganz kurz hier von freundsam frage entfernt werden ich bin schon mit dem ich kann hier entfernen da ich schreibe titel so ein burs er spielt den neuen modus das haben wir bei dem hier reingehen warte ich habe noch mal den skil und rucksack ist so fresh aus hatte er es war fragen wie der auf die dings heißt ja epic ich schreibe so viel in dieser kopf ich bin auch schon raus ich bin schon raus ich bin schon raus heute kann ich bin einfach wo das andere mehr 89 unterstrich youtube geht nicht ihr mann ich weiß nicht nur just unterstrich was machst du da nicht du just an und unterstrich btw ich hab ihn gesendet ich hoffe er nimmt an ich bin auf pc also der spielt auf pc aber mit links ja er hat angenommen das jetzt reingehen der weg man kann eine gruppe beitreten kann du musst nachstellen hat schlatsch ein umkann fehler die ganze zähler bei mir auch als hier raus und hier rein Ich bin einfach immer zweimal drinnen. 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 Das Ding ist, ich kann gar nicht sagen, dass sie voll sind. Hä? Ich kann irgendwie nicht rein. Jetzt bin ich drinnen, nice. Ich kann da nicht rein. Versuch mal wieder, es geht dann irgendwann. Ich hab die ganze Zeit versucht, jetzt geht es. Okay, da ist auch ohne Wucht, das sieht so richtig geil aus. Hä? Ich bin ganz alleine. Ich hoffe, ich bin ein anderer drin in die Jahre los. Ich gehe jetzt einfach bei einem anderen YouTuber rein, Leute. Du scharschen? Komm wieder hier rein, nimm und versuch das doch. Versuch das auch schon die ganze Zeit. Hä? Ich kann dir jetzt einfach zugucken oder was? Ah, eigentlich. Ich bin Zombo, aber das ist... Ich lade dich ganz kurz ein, ja? Ähm... Wer ist der YouTuber? Du bist nicht mehr online. Du bist nicht mehr online. Okay, ich bestabiere dir, ich schreibe. Ich schreibe. Bei meinem Wachsalter. Ja. Die ganze Video in der Insel auf jeden Fall. Durch den FA schicken? Ja. Just, also Y-U-S-T. Nein, aber groß. J-J groß. Wer findet den sowieso? Ja. Just, also Y-U-S-T. Ja. Unterstrich. Ja. A. 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 Und dann Noob, aber N groß. Was? Noob, aber N groß. Noob? Noob? Ja, aber N groß. Noob? Das war's. Du was, oder? Du was, oder? Ich kann irgendwie nichts machen, ich weiß auch nicht warum. Ich kann, ich kann erforschen. Warum? Hast falsch geschrieben oder was? Ich hasse! Du hast einfach rausgehen, das war eh, Alter. Ich komm' jetzt raus. Warte, er kann so mal einen neuen Freund, keinen Bock mehr auf den, weil den kann man nicht rein. Ja, lass mal hier gucken. Digga, den guckst du. Ich hab' keinen Bock auf du, ich bin noch gar nicht eingespielt. Hier, lass bei denen hier rein. Warte, lass bei denen hier rein. Äh, epic. Das ist auch Nightbot nice. Bei denen sieht's nicht so krass aus, weil ich lade dich ein. Das ist so gut. Der ist so gut. Das ist so gut. Ich will doch V-C. Das ist Mike. Nee, viele Leute sind bei denen drin. Drei. Äh... Egal wie dem ganz was alles hauptsache, gehen wir mehr raus. Also ich nehm' mal nur hauptsache. Aka, da kann bitte, ich parle auch nicht. Das sieht auch geil aus, wir gleich menschen, so ist das hier. Ich weiß nicht, wie ist das hier? Warte, das ist so gut. dinge ist man kann in der fahrer nehmen als erfreut mich versorgt dieser bei diesem zoll ist dieser boss der ist so schlecht ein magatz trommelgewehr ein magatz der endlich mal erfahrene was soll ich noch machen wie sind sie immer schreiben wir fahren hallo nimm mal erfahre ich muss da dir carlos also kriege aber kam es groß sein krieger hast geschrieben 18 1801 801 ich kann kein youtube das ist so dumm dann steht anonym das so w cent ich dachte mir wirklich so viele aboniert ja das ist das es 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 Geh, ich schreihe, geh. Oha, ich gehe nicht in die Schleuner, ne? Hä, bei mir gibt es das nicht. Boss, jetzt egal, macht es einfach nicht. Sehr ehrlich. Namen verbergen, ja. Wurde er somit erfahren, nimm. Kein Runterschießen. Also man kann so noch kein Runterschießen machen. Okay. Ja, trotzdem Runterschießen. Nimm trotzdem, bitte. Trotzdem, bitte, erfahren. Badmädchen, also einfach nicht Runterschießen. Okay, ihr seid jetzt geschossen, ist es erfahren. Sagen Sie, der kann mich in der Runde kicken, alter. Der, die strahlt, die Spiele ein, schon einzuladen, ey, die fackt mich Gott so ab, ne? Das ist ein Mädchen. Weiß ich doch nicht. Wenn er jetzt nicht gleich annimmt, das neue YouTuber suchen. Ich spiele schon die ganze Zeit nicht mehr, alter, folgen, als man gar keinen Bock mehr. Er hat angenommen, endlich nach 10 Jahren. Da. Ich glaube, letzter und da. Okay, du kommst auch rein, ne? Jetzt mit meinem, mit meinem Video-Tschießen jetzt einfach so für die Stufen. Bist du dumm? Mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. Gekauft du dumm. Bist du dummer kann. Dafür, dafür wäre ich. Du bist einfach nur dumm, ganz ehrlich. Nein, Spaß. Doch, schon. Ich kann nicht mal, ich kann nicht mal so rein. Ja, alter, ja, ich komm nicht rein. Ja, endlich. Ich könnte ein bisschen chillen, er schreibt direkt. Ja, ja, Alter, schwerfakt, ich will mich nur den ganzen Tag ab, alter. Ich hab meinen Xbox schon breiten, zum dritten Mal neu gestattet, in diesem Scheiß hier. Ich weiß noch heute bei Mathe, komm, schnell rein, er kann. Das kann ich mitspielen, komm, schnell rein. Ich schaff's nicht. Ja, ich schaff's ernsthaft nicht. Ich drückte ein Spiel, starten. Dann haben die weggestattet. Okay, jetzt kommt's sagen. Äh, bei Pipi, Mathe. Bei Pipi, Mathe, wie geht das? Nein, ich weiß, als ich bei Pipi, bei Mathe, wie gesagt hab. Was? Die hat nicht so einen Unfall gemacht. Was hast du? Ah, ja, 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 ja. Ja. Digga, Hacker, diese Map, wo sie hässlich die Shotgun gibt's von uns, die sind drei oder vier, keine Ahnung. Ich hab irgendwie so einen Bug. Das macht die ganze Zeit ffffff. Deswegen hör ich bisschen die Sonne schlechter. Er, er ist ja, er ist ja besser. Er gibt den Guss nicht, sein Urgroßenkel. Oh, mein Hand schwitzt grad voll, ne? Ich schwör wohl sogar. Die Kacke, wie guckst du zu? Mich schnuppt, Digga, du guckst erst auf einen Noob zu, Digga. Schon ein bisschen traurig. Ebel genommen. Ja, es gibt das Noobs. Ölmeng, das ist wichtig, diese Noobs hat. Ich hab, das ist ja eh nicht sterben, das ist das Gute. Was dürfen die nicht haben? Ich dachte, ich kann eh nicht sterben, weil der mich eh nicht unterschießen darf. Hat der selber geschrieben, Digga. Oh, was soll der machen? Der kann noch ziemlich kickel. Hey, ich schieß für mich nicht unter. Ich würd trotzdem machen. Digga, soll ich mich schon unterschießen? Ist mir auch egal. Ich hab eh gelehrt, hab ich... Digga, sei ein Märchen, so bist du dumm bin und nach oben baue. Wer, mein Ping ist auch absoluten Lust. Irgendwann muss man unterschießen, Alter. Der YouTuber will das auch machen. Digga, ist so low. Ich wollte mitriften, Digga, es hat nicht geklappt. Ja, der tut da auf cool, Digga. Ich hab grad so gejogt. Ich hab, ich glaub, so gejogt, ne? Nein. Digga, nein, 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 jetzt nicht joggen. Hä? Wie kann ich mich da durchtreffen? Sei mehrlich. Ja, komm, du bist einfach tot. Du bist einfach tot. Ich hab keine Mätze mehr, jetzt durch dich, so, wenn du sagst, ich bin tot. Digga, sei mir ehrlich, ich hab, ich hab den Regeln nachgemacht. Ich wollte den Regeln nicht nachgemacht, Digga, er ist trotzdem nicht runtergefallen. Ich muss doch diese Runde hier, ich kann schnell spielen. Halt, ich schnell machen. Äh, nein, nicht starten. Ich muss doch diese Runde. Hey, 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 der hat doch sieben. Ich bin schnell, schnell, schnell. Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Ja, endlich, Alter. Ich bin meine Hände, ich weiß nicht, ernst ist, das ist voll eklig. Noch einen ganz frischen Sieg in Kanschulia geholt. Okay, ich komme morgen erst ganz 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 abends online, weil ich keine Messe nachkennungsgolfen habe. Deinhalb komme ich über morgen gar nicht online. Nimm mal so. Hier zum Morgen wieder, Dingens. Helfen, ja. Was? Ja, helfen. Helfen, wo? Ja, Kermes, was meinst du denn, oder? Ja, gehst du mal an Kermes? Ja, ich muss dir helfen. Du, ich auch? Nein, du kommst nicht mal ins Sochbett, nicht mal Jan, Alter, was du helfen, sei mir ehrlich. Ich helfe da, Mann, ich will. Ich hab grad so und losging getrappt, ne? Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich war grad dabei. Jetzt will ich auch die Keter-Frau. Oh, ich hätt' fast so 200 Akku gemacht, ne? Ey, er klaut einfach mein Keter. Er ist so low, ne? Ist er jetzt tot, oder was? Nein, 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 nein. Wacht, er trifft sogar hier durch. Wie sieht der aus? Welches Kind? Ich hab welches Kind, er sagt Namen. Mach auf, komm. Ja, der ist ja. Ja, ja. Der, der ist 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 ja. Der macht schlecht. Der ist so gut, ne? Ich kann nicht mehr sprinten, Hakan. Ich kann wirklich nicht mehr sprinten. Was? Ich muss ganz kurz neu starten. Okay, so, jetzt kann ich wieder. Ich bin immer wieder unter mich, ich check nicht. Der ist unter dir. Der schieß unter. Ich schieß unter. Ich dachte ohne, Lahn. Ich dachte ohne, Lahn. Ja, der, ich dachte ohne runterschießen, man merkt. Bock. Der schieß jetzt auch unter. Der, der darf doch, ich schieß auch. Der YouTuber ist nicht unser Vater. Nee, der kann uns eh nicht kicken, ey. Oder bann. Nee, sag ich doch. Wir können alles noch, was wir wollen. Digga. Ich sag dir, dass wir wollen, wir können es lieben. Und dann können wir zum nächsten YouTuber das war's. Ich erinnere es mal, sehen Sie. Ey, Hakan, dieser große Neo, der hat die Kartoffel gekauft. Ich weiß noch was, der ist einfach ganz schmacht. Ich hab gerade mit dir geredet. Ich hab's gesagt. Ja, weil ich hab gesagt, was schwitzt du so? Er lag doch, man schießt runter. Der ist safe. Der ist safe. Der ist safe. 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 Ich bin jetzt alle tot. Jetzt sind wir alle tot. Ich hab mich noch selber gesaved, Digga. Ja, ich pack. Ja, ja, alle gehen auf mich. Ja, ja, alle gehen auf mich. Ja, ja. Ich hatte, ich so fünf habe ich, oder so, keine Ahnung. Guckst du? Ich lebe noch. Ach so. Bist du tot? Nein, ich krieg die Tüne nicht auf, ich bin so dumm dafür. Ja. Aber ich muss jetzt runter, dann sterbe ich. Weil ich hab nur... Ich kämpfe gegen gar keinen. Oh, 268 gehört aus der Luft. Ja, das bin ich. Was gibt's für mehr Headshot? Geh doch nicht auf mich. Haka, ich brauchte Leben. Haka, musst du los? Ja, aber mal. Ich hab den Kill bekommen. Und dank diesem Killer bin ich nicht gestorben. Jawohl, ich hab die ruhige, die auch von mehr. Ja, egal, wie ist. Der nimmt Cheo, ob's, das ist die Gute, der ist ein ganz Lobbyobst. Ich geh mal wieder mit den Cheo. Und das sehe ich ja vielleicht keine Metz mehr. Ja, Alter, das ist so scheiße. Ich kann einfach nicht bauen, das fackt so ab gerade. Ich bin so ein Bob, obwohl ich bau noch 2000 habe. Trotzdem ist das so langsam, ne? Ich kann gar nicht bauen, Haka. Ich kann gar nicht bauen, Haka. Ich hab meinen Senior aus 2000. Ich mach noch meinen Deadshot. Ich mach meinen Deadshot nach ganz oben, trotzdem kann ich so, baue ich so langsam, Alter. Der Junge steht auf PC, wir haben keine Chance. Der Junge steht auf PC, wir haben keine Chance. Klar, der ist nicht so gut. Ich hab sogar so viel damage gegeben. Und ich schwitze gerade irgendwie. Keine Ahnung, also meine Hand ist voller Creme. Das geht nicht weg, keine Ahnung warum. Oh, wie lange ist deine Hand voller Creme? Ey, warum immer ich, Alter? Wo bist du? Hast du keine anderen Robbys? Ich bin das gar nicht. Ich fliege gerade. Aber okay. Nein, die sind los. Der geht los, nicht. Ich bin seit drei Runden. Zahnabana, bin ich hier auch da wieder. Haka, das bist du. Junge! Du hast es genommen, ne? Du wolltest mich einbauen und dann mich töten, ne? Ja, ich wollte mich schön machen. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß. Deine Fresse. Dieser große Junge holt sich morgen einen PC für 2.000 Euro. Hat er es gesagt? Ja, glaub ich schon. Ich hab's so verstanden. Ja, Digga, Kammerkopf den. Lass du kämpfen mal hier dein Leben. Der sagt so. Ja, morgen, 2.000 Euro, bitte. Ah, ja. Guck dir hin. Ja, das ist richtig gut. Ja. Ich geh jetzt Spielzeit und verraten uns. Ja, das Ding hat es gehört. Ich lass mal gleich Spielzeit und sag ich, ich hab L2. Guck dir mal, Digga. Den guckst du eigentlich zu. Oh. Ah ja, du bot. Ich hab die ganze Zeit Hitze, Jungen. Wollen die mal sterben oder so? Ja, ich stirb nicht. Mehr Hitze. Aber dieser Laser hat nichts. Ich höre, schieße runter. Ja. Schieße auch gleich runter. Nein, nein. Ich muss erstmal in Heilgrund, Digga. Sonst verliere ich wieder. Beim Elch, wie viel soll ich noch L2 spammen? Mit meinen zwei Mets. Oh Gott, eh Hakan. Du hast nicht so viel Mets. Ah ja, danke. Dankeschön. Ich bin so boh. Träume mal nicht. Ah Bombe. Ich wusste, dass von da rauskommen wird. Ich schwöre sogar. Ich geh, Spielzeit war's mal. Du bot fühlt sich krass. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab geschrieben, du Lappen bist nicht gut. Äh nein, ich hab, du bot, du bist nicht gut oder so. Ey, die haben sich gesaved. Ey, ich bin nicht wieder bei diesem Los. Der fackt mich ab. Der gibt mir Hitze. Der ist ja neune, oh. Ich schieß den ab, betriff nix. Aber ich hab, wie ich das gerade bei dir geahnt habe, oh. Ich wusste, dass du trappst. Ich hab bei mir die Wände gespänt. Ich hab mein Baum kaputt gemacht. Ich freu mal so und deine Mann. Jetzt hast du vier Ecke, oder was machst du? Ah nein, Digga. Ich hab mir Bock auf die Ecke, der ist ja. Ich hab mir die Wände gespänt. Ich hab mein Baum kaputt gemacht. Ich hab mein Baum kaputt gemacht. Ich hab mir so deine Mann. Ich hab mir so vier Eck oder was machst du? Ich hab mir Bock auf die Ecke. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, sterb. Ja, sterb. Er war der No-Skin, alter. Ey, bitte schießen runter. Der hat's ja nicht. Ja, egal, dass er diese Steinschlusskanone hat. Wen guckst du dazu? Wer ist eigentlich der YouTuber? Keine Ahnung. Muss man schlecht wieder gucken. Hab ich schnell vergessen. Ah ja. Kaktusskin. Halt mal. Halt mal. Kaktuss? Ja, der ist drin. Wahrscheinlich ist der noch drinnen geblieben. Wenn die alle runter schießen. Hä? Ja, ich komm da. Ich hör kann. Er ist der beste Digga. Ja. Er braucht einfach irgendwo fallen hin, aber bist du gar nicht. Er macht ganze Dinge nicht. Halt mal vor. Ich möchte schlafen. Guck mal, wie der schwitzt, alter. Der wäre ich gerne. Ich hätte einfach eingebaut. Das war's. Aber nein, er muss um sein. Er muss hier geschwissen. Wenn der mal einmal nur sterben würde, die Rundwitz wären mehr Bock machen. Das ist der einzige, der so richtig reinschwitzt. Stimmt überhaupt noch? Ja doch, der stimmt noch. Aber der ist anderer, denkst. Kein Bock auf den. Irgendwie sind auch zu fünft. Zu sechs. Nein, ohne mit mir sechs. Aber ich hab's jetzt hier gepumpt, aber egal. Welcher Skin, wie war es noch mal dieser auswischen? Hakan, der No-Skin bei dir hat so viel jetzt. Oh ne, Digga. Oh ne, Digga. Ist das Wetter bei mir, Digga. Lass mal. Das Wetter am Start. Hakan. Hakan, ich jure. Ich werd gleich mal ausrüsten. Dieser Punker macht null Schaden, Alter. Ich hab den vier Hits sowieso echt nicht. Ich hab den vier Hits. Ja, ich habe den vier Hits. Oh nein, der ist ja nicht. Alles klar, ich hab den vier Hits. Ich bin ja nicht. bist du tot? Ja, lass mal du, normal. Ja, okay, komm. Dann geh ich offline, der kann Bock mehr. Dann geh ich mit Fitbit, Raw Rainbow. Was? Krieg Dino, äh, krieg Dino sein, äh, Arderson bleiben. Tschüss. Krieg Dino sein Geburtstagsgeschäft, ah ja, der ist der Schmidt, ne? War der schon. Okay, ich noch mal noch. Ich muss nur mit, ich hab mit Sushi jetzt gemacht, eine Wecklinge. Morgen wird die erste legendäre Skin geholt. Ey, es gab's noch nie einen Shop, wo gar keine legendäre Skin oder irgendwas, und nicht liegen die, äh, sind los, oder? Doch, hey, doch, doch. Außer Marshmallow. Trotzdem gab's auch. Ja? Ja. Was denn? Es gab so eine Farbbomber und der Mann, und es gab so eine Darkbomber. Oh, krass. Und keiner von Lila. Es gab so nie, äh, eine Sachen, wo... Das Wetter, wenn das kein Schwetter ist, ne? Da war ich auch nicht mehr. Da war ich auch nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Direkt, so ist Springs, ne? Damit wir stellen und nicht mehr eine Masse. So ist Springs? Weil ich Dreck bei diesem ersten Auster landen will. Ey, wieviel musst du da ab? Bei? 15. Natürlich, ich geh und zwei dahin. Kannst du gar nicht? Nein? Und zwei Wüste noch gar nicht, alter. Aber der Arbeit, du kannst, wenn dann nur Manto lach mal jammer, die Arbeit noch nicht dünner laden. Und taugst ich? Welch nicht. Aber du kommst auf gar keinen Fall Döner. Hancock, komm hier rein! Nein, er landt oben! Nein, 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 nein! Ich darf nicht schneller als ich abbauen. Und so kommt er die Küste. Ich hab die Küste, okay, nice. Willst du Waffe? Ich hab selber nicht viel mehr. Fuck an ihr! Mini, Mini! Ein paar mehr, die haben nichts. Die sind nur, wenn wir jetzt einen Sieg haben, oder? Safe, safe, komm, komm. Das aber nicht direkt da links pushen. Das bisschen so von außen. Aber lass einfach gar nicht pushen und dann looten, oder? Hä? Ja. Ein Respekt. Du hast eine Pistole. Was? Scheiße, ich bin schon weg, Alter. Ich bin schon weg, Alter. Ich hab jetzt so gesehen. Der eine ist so low-hackern. Ja, ja, es ist so. Ich bin nicht die ganze Zeit, die die Musik anmacht. Boah, kann ich so low-hackern? Ich hab auch keine AR-Mund mehr. Ein alo, ein alo, nock, nock, nock. Junge, Alter, schrei doch nicht. Junge, ich schrei nicht mal. Ja, schreist du? Da kann ich beide so low-hackern. Ich brauch deine AR-Mund, Digga. Er hat keine Eier. Da kommen noch mehr. Da hält doch ne AR-Mund. Wieso runde ist so schnell vollbar? Was denkst du, Digga? 52 Gate-Shot. Mit der Sniper. Hake, ich nimm gleich deine Karte. Geh mal leise. Ja, ich hab dir alle auseinandergenommen. Mit 100 HP. Obwohl, bei 200 Lehman. Wo sind die? Wo sind die? Ich soll die nur. Da, 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 da. Ja, da auch. Ja, Digga. Oho, der stimmt. Erstmal Schaden bekommen. Ich fühle mich jetzt einfach. Keiner merkt es, die streiten eh. Geh direkt die Waffen holen, ja? Und dann hauen wir ab, Digga. Wir haben keine richtigen Waffen. Wir können nicht so lange hier bleiben. Ich schau direkt wieder ab, Digga. Zu laut. Zu laut. Zu laut. Zu laut. Mach weg. Okay, bin wieder im Haus. Haken ist ne... Haka. Komm her. Komm, Haka. 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 Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Haka. Habe ich nicht kapattst? Nö. Es tut mir, Nö. Es tut mir, Nö. Es tut mir leid. Dann unsere Studie da. Nö. Nur mal, du jetzt schlafen willst? Nein. Sieских rot Creekei ab. Seid leise! Bist du hier los, Alter? ich darf einmal so abend zocken und dann sagst du gehst du durch petzen man muss schon hier ausmachen alter ich habe sie gesagt hat mich umschlafen nein ich will umschlafen kannst du mach jetzt die tue zum fisch ab alter kann dieses ding ja 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 ich will zuhör der welt schulden werden so tot das ist das ist jetzt an das hat da Ah, danke. Kannst du morgen mitgehen, Bess? Ich geh mit Yusuf. Dann geht andere aus looten. Warte, ein Typ, der kommt mit mir hier. Ah, zwei Slurps. Du hast zwei Slurps? Warte dann, trink noch nicht. Dann fehlt mir noch ein Dings. Ein Mini für dich. Ah, schon Minis, 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 Minis. Kannst du hier, kann ich ein Schlürp? Nein, Minis. Ein Schlürp. Ein Schlürp. Äh, was willst du? Schlürp. Du besorgst deinen eigenen. Ja, Mann. Warte, warte. Hakan, geh nach. Schreck, Gegner, über mir. Hier. Ja, die gehen... Ja, ich... Ich... genau schieß mal. Das geht einfach vor mich. Weil es auch nicht ist. Ich hab schon heute mal mit einem Gästen. Ich hab die so gut getroffen. Die waren so sch... Ey. Ja, ich weiß. Warte. Ich muss erstmal den Slurp hier. Jetzt können wir pushen, komm. Schau, wie geht das dir? Ich glaub, wie geht das dir? Hast du einen Windkanal? Wohin? Nein, wir sind hier nah. Ja, wir können einen Windkanal. Hast du ihn nicht finden können weiterfliegen? Komm jetzt her. Ich hab einfach ne Pistole als MP. Los. Das heißt meine Sohn. Ja, ja. Aber ich schaue einen Automatensäge direkt raus. Wir fliegen jetzt gleich schon vor dem Automat vorbei. Und hier ist keiner. Wie ist ne MP für dich? Lass weiterfliegen. Wir haben das eigentlich schon ins Holz überlebt. Dank mir. Ich hab beide so viel Hilfs gegeben, noch so viel Headshots. Lass dich hier hoch. Ja, okay, lass den Windkanal da hoch. Ja, komm, lass da hoch, sag ich. Er geht weg. Komm jetzt her. Und ja. Weil du willst, was du gehst jetzt einfach weg? Hier ist das Shotgar für dich. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. In Grün. Ich hab jetzt nichts mehr. Und wieder. Ist das? Ich geh, ich gehst hier noch Biggie war mir nicht. Wenn du kommst. Ich hab jetzt einfach weg. Ich hab주 glaube ich. Ich hab mit. Ich habu mit. Jeweli aime. Ich hab mir gesch spectiert. jetzt weg ich frage ich komme jetzt unter mir close wenn ihr die komisch ob ich nicht nein dann kommen wir ja ich gebe dir was ich kann mitnehmen ja dann komm her die kommt es genau zu dem baum gegangen ich versuche sie denn Ich hab Angst von außen, dass von der Seite jemand kommt. Ah, der ist da oben, okay, okay, okay. Da hinten, von da links, Ballerhacker, pass auf, ich sag dir, wenn der ausschleicht. Wo, 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 Alter. Da hinten glaub ich auch noch ein Gegner. Im Windkar sind auch Baller drinnen. Wollen wir die pushen? Wreich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Erstmal nichts. Nein, ich meine, hinter uns sogar von der Seite werde ich geschlossen. Was war das? Traps? Was war das? Ja. Ah, das ist die neue Granate. Nehm die neue Granate. Ich hab die neue Falle. Also ich hab Falle. Der hat von oben irgendwo gesnipft. Ich weiß aber nicht schon wo. Ah, von da. Von da werden die gesniped. Der zählt auch auf mich, Digga. Bau hinter dir zu. Dann bist du tot. Der Heavy Sniper. Er findet ihr zu bauen. Kann er nichts machen. Ich soll mal pieken. Kannst du mal jemand treffen? Ich mach extra nicht, Junge. Hinter mir und neben mir ist ja auch noch, sind auch noch welche. Dann kommt von mir, von dir können die nicht hinter uns nennen. Guck, genau da sind die. Ich pushe die jetzt, alter. Nein. Ey, die kommen, die kommen ins Puschnack. Ja, hinterm. Das ist dann diesen Turtle. Ja, Digga, da sind drei Stück. Da ist der eine von Sorts Springs, den Fußballskins. Die müssen jetzt kommen. Ich liebe diese Turtle. Ich hab nur zwei Snipermon. Kannst du das? Snipermon, ich hab nichts. Nein, ich hab auch nichts. Die werden gerade gepusht hinter uns, ne? Sollen wir die pushen? Wir können die pushen. Ja, Snipermon. Doch, die werden gepusht. Guck. Tja. Die werden gepusht, komm. Komm. Was machst du da? Tja. Habe ihn. In dem NF alles richtiger. Was machst du hier auf? Ja, was, ja, ich nehme alles wegschatten. Hast du 하mbar? Hast du, ja, ja, hier, ich hab eh jetzt kein Android. Ja, doch, ich kann dir gehen meine Hälfte? Hier. Ich glaub, ich stein er auf Sniper oder ich bin lieber Riffner. mit abonniere nicht im doch schneller mit hatte das irgendwie rüften hat habe ich zu meinen snapper nach da damit sich etwas falsch aufnehmen so wie jetzt ja ich hoffe alles falsch auf kese warte ich muss man jetzt hier nehmen also ich doch das in dem sturm dreher ich weiß nicht du hast eben ist ein paar kommen hey die gasten einfach zwei rüfte so los egal bleibt in der luft button weiß nicht jetzt erst mal in der luft alter ich bin die ganzen jump hat den ganz oben da komme ich zu dir jetzt komme ich zu dir warte muss die sohn die sohn ist ich gehe mal in den kanal rein okay die ist egal mit kassel auszugehen los dann kommt mir kommt mir hier ist gut ich habe ich gerade nachkommen ein punkter nachgelassen was haben wir nicht nachgeladen Hey, ich hab ne Idee! Hinter uns! Hakan, wir werden gepusht! Komm mal! Wo sind die? Ah, da! Habt einen! Hatten die Raketen, Mon? Gib mal! Ey, Mann, der baut mich jetzt mal aus! Was macht das für Ferrari-Geräusche? Okay, nimm die wieder mit, nimm die wieder mit, die Granaten, Mon! Ja, ne? Was traurig ist das? Ey, die haben beide einen! Ja, ja, deswegen, das baue ich auch ein! Ja, dega, ist doch tot! Versuch nach unten zu kommen, versuch hier reinzukommen! Hakan, hast du Minis? Hast du Bigis? Nein! Ich geb dich nicht ein, trink den! Trink schnell den Mini, weil Sinn kommt! Ja, okay, damit kannst du nicht mehr, komm! Boah! Er gibt mir den, er gibt mir den Hit, Digga! Okay, ich bin da! Versuch zu mir zu kommen, wenn du kannst! Dann, dann kann ich dir das geben! Lager, äh, Dings! Komm, ich mach für dich auf! Dann hab ich kein BG mehr, aber egal! Wie ist das Alter? Das Daniel Luca! Luka, warte ich hier mal! Ich stimme nicht mal ganz kurz! Ist er, kann bist du dumm? Ich eben noch, es sehen noch drei Leute! Wie wüsste ich das machen, sowieso? Schlecht und Digga! Ich weiß, ich mach Lagi! Ne, wofür? Nicht jetzt! Die Sorge kommt doch! Aber doch, erst nach 48 Sekunden! Mach, 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 mach! Ich brauch' eh nicht, aber egal! Du brauch' ich eh nicht, aber egal! Du brauch' ich eh nicht, aber egal! Du brauch' ich eh nicht, aber egal! Ich brauch' Da kann's nie, warte! Dankeschön! Nein! Spring! So, so, so! Hab' du gesagt, spring' Alter! Ich treff' genau durch die eine Lücke da! Ich treff' ja durch diese eine Lücke da! Ich treff' ja durch diese eine Lücke da! Digga, so los bin ich! Oh, ne, die hast'n D mit diesen Granaten! Wir können die runterschießen! Ich hab' die runtergeschossen! Easy! Einer tot! Hacker, du brauch' ich einfach einen! Mama! Jakabatjam! Boah, Alter, du brauch' ich einfach einen hackern! Ja, sorry! Ja, ich hab' den noch geholt! Und der Ferrari Launcher, Alter! Gibt noch! Es gibt noch! Ja, der Ferrari war Mist gewählt! MISGW war dieser Hiltake! Tate, ich wusste, dass die kommen, ne? Sehr gut! Hab' ich doch nicht, ob der Gutes ist! Ah, Safi, der ist nicht so gut! Ich hab halt nicht so viel Leben, ne? Nein, nein, warte. Das ist der letzte? Ja. Der ist hochgradbar. Nice, sauber, der hat kein jemand. Dies hochgradbar. Junge, der ist jetzt dumm. Der ach so dumm! der ist so dumm, dass du mir verleichtst. Digga, deine Ehre so genommen, Hakan. Ja, Hakan, ich geh jetzt auch. Ciao, ich geh jetzt auch. Machst du jetzt? Ja, Hansa. Ciao, Leute. Ich hoffe, dass du es gefallen lassen. Den Liken lassen aber doch. Ciao.